So wie es aussieht, fahren wir noch einmal einen Team Grand Prix. Wieder mit der Freundesliste von Mr. Florian J. Mit dabei sind auch wieder meine Kameraden Günther und Manu. Und ich sehe gerade, der Manu ist irgendwie abwesend. Was soll denn das wieder werden? Oh Gott, jetzt bin ich mit Florian in einem Team. Viel Spaß. Na gut. Ich hoffe, wir können was reißen. Ich frage mich. Wieder zu sein, das bringt meine Kamera herum. Das heißt, die zweite Aufnahme wird schlechter wie die erste. Das wäre nicht. Ich sollte mich noch ein bisschen orientieren, aber am Abend wird das sicher... Nein, schade. Wir spielen Marios Piste. Ein freiges Hurra dafür. Nein. Und auch für den Spiegel. Oh, Spiegelverkehr, die erste Strecke. Na gut, los geht's. Hilft ja alles nicht. Und eben, der sagt, wie ein Chine. Echt ein Schlaf, weil die Adler, ich habe mich abschließt. Entschuldigung für das Schimpfwort. Ja, keine Schimpfwörter, Manu. Weil, ich habe nichts gesagt. Will ich auch hoffen. Ja, keiner gehört. Danke, dass du ein scheiß Alte mitgestoßen hast. Damit bin ich erst der Grund. Ach, scheiße. Oh, was ist denn hier falsch? Die Pfanne, ich gucke jetzt. Oh, wo ist MX Breed hier, oder? MX Breedgeister. Fuck. Yeah, Mr. Florian, ich habe den zusammengefahren. Juhui. Entschuldigung, aber das musste mal sein. Oh, das war überhaupt nicht. Ich bin gerade rückend, Deckung, Warni. Dann können wir loswerden. Oh, ich habe probiert es auf die schlechte Art. Oh, ich bin gerade rückend. Ach, ich bin gerade rückend. Florian, gib Gas. Ja, pass mal wieder. Florian, was machst du da hinten? Ja, wer hat jetzt nicht ins Heim? Ich komme ja schon, Markus. Keine Sache. Wer redet mit dir, Manu? Ach, ich bin so gleich der Bock. Scheiße, ein Fehler. Näh. Äh, zwei Sacki. Einer ist eine Zecke. Einer ist eine Zecke, ihr. Und er hat uns geschafft. Ja, danke schön. Na, warte, Bricky, dich knöpfe ich mir noch vor. Dich knöpfe ich mir noch vor. Und wer ist am letzten Platz? Markus. Ja, nachdem ich von einem grünen Panzer getroffen war, bin ich nachdem ich mit einer Band ausgewichen hat und der Bricky hat mir noch einen Wolkenblitz gegeben. Das schau ich mir noch gar nicht an. Einer, die lebt ja noch, der war ja derbstübel. Ach, die war nicht so schlimm. Das ist ein Wurkenblitz. Ich muss Blumenade. Super. Na gucken wir mal, was wir da leisten. Wahrscheinlich nichts. Ich kauf dir... Ich kauf dir eine Torte und werf sie dir ins Gesicht. Aber der, am reiner Wind ist, ob ihr Spiegelverkehrt vorne ist, darf der Kamera nicht Spiegelverkehrt haben. Äh, don't know. Scheiße! Oh, playing in KS, nicht gut als ich. Du kannst ruhig Markus zu mir. Ich meine, du kannst dich ruhig beim Vornam nennen. Markus, playing in KS, alles das gleiche Scheiße. Ich bin grad letzter, sorry. Ja, jetzt bin ich gesehen von mir, der mag das schon. Ui, Florian hat mich abgeschossen. Sehr gut, Florian. Florian ist jetzt vor mir. Jeder ist von mir aus dem Vorsprung. Ich bin der Stern, stehenden Stern, vor der FB-Fahrer, M-Bahn. Mag ihn verboten? Ja, und ich hab Rote. Wem kann ich denn jetzt aufstehen? Ich hab einen Schauflug. Falsche Wicht auf... Nein! Wicht aufstehen! Ui, 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 ui. Ja, noch einen Autos. Uh, jetzt bin ich weiter hinten, das muss ich als hin. Ja, du bist beide hinten, so wie ich. Aber ich schaff es. Jawohl. Uh, Glück gehabt. Ich fahr gar nicht falsch. What the hell? Ich hab mich gefahren, ey. Gön, ach so. Oh, vierter sind wir schon. Ja, du hast mich eingeholt. Boah, das ist der Fallschliff. Florian ist dritter. Gut so, das reicht schon. Ist ja auch mit meinem Königspelz. Boah, shit! Oh yes, jetzt haben wir den ersten wieder geholt. Viel Spaß bei dem Kästchen. Viel Spaß mit meinem Flugwasser. Nee, ernsthaft, oder? Oh, ich bin überholt. Nein! Viel Spaß am Flugwasser. Viel Spaß, du! Oh, da ist der Wacken. Aber leider ist so ein Zubeil weg, hier. Boah, verdammt! Ein Wacken, da. Oh, ich bin die Erdwache. Also, das reicht, wenn ich fünfmal bin, wenn ich ein Wacken bin, um es herzutragen. Boah, Markus! Dann bist du! Oh, das schaut schlecht aus für mich. Ich bin gerade irgendwie tröpft, da bin ich ein Zeug. Verdammt! Na! Nein! Nein! Fuck! Weiter! Ich bin doch gewonnen mit einem Fake-Kassel. Scheiße! Sag doch nicht schleiße, keine Schleifwörter. Das ist doch wohl ein Witz erst. Oh, das ist doch wohl ein Witz erst. Ich glaube, ich sage mal, das ist ein Witz. Gut, brennt's einfach, blau... Klappe! Und, brennt's, blau schnick? Ja, wir haben einfach Flicky dabei. Alles gut. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Erschreckt, guck, Markus. Gott sei Dank. Hier, Mann, auf allwischen der Rena fahren wir los. Und deswegen starten wir die Motoren. Jetzt brauchen wir zweimal die Doppelspitze. Die nächsten Fahrer, ich wollte... Dero-Spitze, D-Den-Hahn. Ah, scheiße. Oh, scheiße, Götter-Wendler, hab ich mich jetzt vertrifft, jetzt. Markus, geh doch mal weg. Ich überhole dich noch, wett mal. Geh, ich überhole dich noch. Ja. So, die Banane, will ich gleich aus dem Wegkrams. Welche, die von mir? Die, was auf der Schanzen gelegen ist. Ja, die war von mir. Ja, die haben aber wie ich aus dem Wegkrams, weil ich gerade riesig war. Ja, genau! Ey, Alter, ich satt's ja auch auch hier. Ein roter Pantepartner hier vorbei, was du entdeckst. Das war von Flicky. Alter, ich satt's ja so beinahein, zuerst. Ich hab auch nicht verteidigt gehabt. Geh, fahr. Ich hab auch nicht gehabt, aber ich hab nicht zugeschossen. Geh, fahr, hab ich gesagt. Ja, weiter mal. Okay, das war's. Danke. Hey, ich hab ihr gemacht. Flo, hast du dir nichts ge- scheiht zum Schiersten? Na, na, was machen wir? Der ist in den Pantepartner vorne. Gott, der ist in den Pantepartner. Mann, die hatten irgendwie die... Boah, Scheiße! Hau zu den Kopf aneinander! Jawohl, ich hab wenigstens einen feucht, wenn du bist. Entdecken wir mal den ersten Platz! Boah, jetzt ist es richtig wieder vorbei! Alter, kann ich bitte einmal ein gescheites Eifel haben? Nein! 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 Jetzt mach ich nicht unterrichtet! Nooo, mita! Oh ja! Ja! Götter auf ein Schwindtuch, endlich! Da kriegst du ein Tausend von dir! Alter! Nein, da sind wir nur ein Zweiter geworden, weil Markus nicht mit einem Blauen abgeschossen hat. Aber es ist... Ey, komm! Das hat ja keinen Sinn mehr! Okay, jetzt muss man mit Absicht. Ist das gerade bei eurer interne Meisterschaft oder so? Ey, oh ey, das darf doch nicht wahr, Scheiße! Uh, das ist so ein spannendes Rennen zurzeit zwischen Blauen und Ohren! Geh, halt die Klappe! Halt! Scheiße, mach einfach ruhig! Das wird ganz knapp jetzt entschieden, wahrscheinlich im letzten Rennen. Jetzt reicht's mir! Jetzt wird ganz knapp ein Sinn zwischen mir, Günther und MX Wiki! Wie erzeugiert! Ja, ist einfach lustig, Kai! Markus, in dieser Strecke wirst du auch keinen Spaß finden! Oh, die haben wahrscheinlich schon! So! Ich finde, das hat jetzt das Schleifte, oder? Das war der Freaky! Freaky, wenn du das abhörst! Ich hau dich, wenn ich nicht Zweiter werde! Und Riegel, du wirst dich sicher das Video anschauen, wenn du das vorstelle! Uh, gut gesetzt Riegel! Wie, grandios! Juhu! Juhu! Warte, ich krieg überhaupt keine gescheiten Reitern zuerst! Ich kann ja nicht anders sehen! Ich kann ja nicht anders sehen! Äh, könntest du noch kurz draußen, wenn du ruhig bist, erst? Hallo! Winter, lass es! Okay, ich hör'n auf! Ich muss dir noch einen Grundbevorsprung geben! Bitte, das hast du sowieso kein Ding! Du kannst jetzt 10. oder so! Du kannst jetzt 3. oder so! Du kannst jetzt 3. oder so! Sei doch du bist bei der 1. oder so! Ja, mein Gott, ich hab' Spaß gemacht! Mein Gott! Bäh! Ich hoffe, du kriegst raus! Ich hoffe, du schocken, Mr. Florian! Will ich denn schon auf den höchsten Platz? Ach, immer! Also, ich bin ja irgendwo noch in der ersten Runde stehen! Ah, super! Weiter! Yay! Ich mach' wieder mal Spaß heute, he! Ja, besser wär's, wenn du einen blauen hast, weil... Sparkus bleibt! Blauer Fahrzeug hab' ich! Warum denn ich? Ja, Gott! Okay! Warum hat der mich getrunken? Ach so! Das war das andere Team! Ja! Gute Spielflogen, aber leider haben wir Pech gehabt! Wegen dem scheiß anderen Team! Na, Flicky! Ich musste das leider abgeben, weil ich von einem blauen getroffen wurde! Also, wenn das nächste Mal so ist, dann gewinnst du nicht! Also, Flicky, knapp was! Aber, naja! Ja, ich hab' euch einfach keinen Sieg gekönnt! Uh! Um einen Punkt! Hahaha! Das ist schon eine Derby-Niederlage, he! Uuuuh! Ja, eh, beide geht's ja nur auf mich! Wenn drei Leute auf einen gehen, he! Dann ist das schon ein bisschen sehr arg! Und ich sag' jetzt tschau! Ja, ich sag' auf tschau! Auf Wiedersehen! Bis zum Mischmacher! Das war's.